Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute mal alleine, ich werde nur am Anfang jetzt was sagen, weil das wird wahrscheinlich so eine Folge, wie ich manchmal mache. Ihr werdet jetzt mich hören und danach werde ich ein paar Solo-Runden spielen und dann die coole Momenten reinschneiden, witzige Fotos reinfügen, zum Beispiel diese Gesichter, die ich immer einsetze, diese Trollface, geile Musik und aussieht, guck mal, ob ich die neue Spitzhanger gewinnt habe. Oh, guck mal, wie geil die aussieht. Nun, ich liebe die. Oh, wie geil, die sieht so geil aus. Oh, die kugel sieht so geil aus. Lenk mich doch am Arsch, Mensch. Oh, j soldiers. Bis zum nächsten Mal. 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 Wow. Amazing. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Oh Mann. Mussten alle auf uns beide gehen? Das war echt lächerlich. Mann, das war echt lächerlich. Guck mal, diese alle gehen auf uns. Das sind so viele. Solche Basteln. Egal. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi Leute, das kommt hier kurz dazu. Profi wollte ich nicht. Sondern zur Wiederholung. Ich hab da geile wirklich mit Yunis. Dem Wubi. Yunis. Also hab ich halt diesen neuen Modus mit Sniper gespielt. Hallo. Okay. Da hab ich einmal zwei geile Snipes hingelegt. Und einmal zwei No-Scopes. Das waren die beiden Wunden, glaub ich. Bestätigen. Wo wir einmal durch die Towers gegangen sind. Oh, das war geil. Ich glaub zwei Jagdgewehr No-Scopes. Ich weiß es nicht mehr. Verpassen. Gameplay. Ich hasse das, wenn man nicht zu Sam's Spieler geportet wird. Hä, wo bin ich? Ah, da. Ah, guck mal. Ich hab ja den neuen Tanz hier. Ah, da waren sie. Ja, ich glaub das waren sie. Ein, 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 ein. Ja. So. Hallo. Ah, da. Oh, die waren ja richtig los. Seh ich gerade. Warte. Ich wollte erst snipen. Aber dann hab ich mich doch um entschieden. Ah, warte. Da hab ich sogar einen geilen Treffer gelandet. Warte. Da. Da geht der Kampf los. Da geh ich. Da seh ich ihn. Erstmal einen Hit gegeben. Der hat zwar richtig geil. Der hat mir zwar auch einen Hit gegeben. aber was soll's. Da kommt Yunus. Der hat sich da eingemischt. Warte. Da baue ich ne Treppe. Zack. Nochmal leid. Und dann Headshot. Oh, der war schön. Danach werd ich von da gesniped. Ich hab mir die One-Shot-Snipper. Da war der 50er-Tank. Gattde ich den Typen. Und jetzt huckt euch das an. Das war ein geiler Druck. Oder Kill jetzt sagt. Ruck ich halt. Im Bearbeiten-Modus. Und warte. Jetzt kommt's gleich. Bats. Oh, der war geil. So. Dann geht's zum zweiten. Das waren zwei geile Kills von mir. So Leute. Hier hab ich vier geile Kills gemacht. Und wenn ich bin ich hier direkt bei mir. Ah ne warte. Ein, ein, ein. Ein, ein. Ein. So. Dann wollen wir mal zu den Kill gehen. Oder ne. Warte. Ah doch. Doch. Ein bisschen weiter vorne. So Leute. Da. Guck Leute. Da steh ich dann. Und zähle. Und zähle. Und zähle. Und zähle. Und zähle. Das war der erste. Dann jetzt zum zweiten. Zum zweiten. Zum zweiten. Zwein. Zwein hier. Dann Jeestein. Dann Geeste. Warte. Jetzt dürfte er gleich kommen. Ja, guck mal. Da links. Da läuft er schon. Der laufende Kill. Der keine Waffe hat. Da der Jerryz. Bats. Das. Da war der zweite Kill. Und jetzt geht's zum dritten Kill. Der etwas intenser Fight war. Weil ich da die ganze Zeit gesniped habe. Ich hab halt da die ganze Zeit genoscoped. Habe einfach nicht getroffen. Nein, das hat die Unis die ganze Zeit dort gesniped. Ich bin hier wirklich die Scheiße im noskopen. Und was. Aber er noskopt mich. Das ist total bitter. Da. Da noskopt er mich. Drift er mich. Da ging mir die Munition jetzt langsam aus. Und da gebe ich. Das war richtig witzig. Den Kill habe ich noch bekommen. Der sieht das in der Nachhoffnahme. Das war total knapp. Weißt du. Er trifft und ich treffen gleichzeitig sozusagen. Aber ich glaube ich habe eine Millisekunde später getroffen. Da jetzt zum nächsten Kill. Stimmt. Das war der. So. Da kommt die Zone. Er muss kommen. Der Typ. Aber die nächsten. Die letzten zwei. Da bin ich so ausgerastet. Beim letzten. Okay. Leider nicht getroffen. Nicht bitter. Nichts getroffen. Nichts getroffen. Nichts getroffen. Nada. Hab ihn aber erst mit. Da habe ich einen Treffer gegönnt. Und. Da gibt er mir einen Treffer. Und. Ich. Ih. Ehe meinen Treffer. Oh. Der war echt low von Yunus. Geschossen. Aber ich habe auch gut getroffen. So. Das waren die letzten zwei. Die waren richtig geil. Wartet. Jetzt. Da kommt er. Da treffe ich ihn erstmal in der Zone. Mit der neuen Waffe. Da kann man super in die Zone schießen. Damit. Ich habe erst gedacht. Predicted wollen. Aber hat nicht so gut funktioniert. Der gibt mir jetzt eine Impulsgranate. Und die fliegt volle Kanne in die Zone. Aber damit rechnen die jetzt nicht. Ich. Die Sniperlegende. der EU-West. Ich gebe dem Headshot. Dann gibt er mir einen Hit. Ich da. Ich. Zack. Zack. Und. Headshot-Treffer. Ich weiß jetzt. Ich sehe das. Ich bin da noch aufgenommen. Warte. Lass mal kurz. Ich bin da einfach so ausgelastet. Fünf. Dann muss man das noch sehen. Warte. Wenn ich gleich gebaut habe. Zähne ist das kleinste. Also. Ich sehe das kaum. Vielleicht mache ich euch nochmal für Slowmotion. Also so extreme Slowmotion. Ich kann das immer noch nicht sehen. Der steht da. Geht wieder zurück. Ich. Ich. Snippe. Ich hole meine Sniper raus. Zähle. 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 Er will schießen. Und. Ich habe ihm einen Headshot-Sniper gegeben. Ich habe ihn sozusagen durch das Holz durchgeschossen. Hä? Zähle. Ich bin auch an einer Zune gestorben. Also wundert euch nicht. Ich habe halt echt wenig AP und konnte da nichts machen. So Leute. Dann würde ich sagen. War es das mit dem Video? Vorher dieses Solo-Warschheit gesehen. Wo ich Solo war. Und zwei Solo-Warschheit danach gemacht habe. Oder es mit Karpfen. Jedenfalls. Dann würde ich sagen. War es das mit dem Video. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.